Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 10. Mai 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1004. Genau, heute habe ich die folgenden Themen. Der Weltpilot Sonova, Trinkgeld, Clubhouse, AirTags, Catalyst Case und Lenovo Reset. Ich würde sagen, ich stürze mich zuerst mal in Richtung einem grossen Dankeschön, das uns auch entgegengeworfen wurde. Nämlich vom lieben Öhr, dem Weltpiloten, dem Mark Dancer hier aus Bern, aus der Schweiz. Der hat uns einen kleinen Blogpost gewidmet zu unserem 1000-Folgen-Jubiläum. Vielen herzlichen Dank und ja, eben 1111. Mal schauen, wie ich dahin kommen werde und was dahin noch so alles passiert. Dann gibt es einen riesengrossen Schritt. Schon länger wissen wir, dass der deutsche Audiohersteller Sennheiser auf der Suche war nach einem Käufer für den Consumer-Bereich. Sprich, die grossen Geschichten wie Mikrofone und die riesigen Kopfhörer etc., die behalten sie. Aber das normale Consumer-Feld, das wollten sie verkaufen. Da gab es einiges, hin und her und so weiter. Und ja, ich war schon länger besorgt um meine Lieblings-Kopfhörer, nämlich die Momentum True Wireless. Das muss ich aber anscheinend nicht haben, denn gekauft hat jemand aus der Schweiz. Sonova sagt euch wahrscheinlich nichts. Sonova ist quasi die Holding, die Muttergesellschaft darüber. Da sind unter anderem Firmen wie Fonac etc. darauf eingegangen, hineingewachsen. Wenn ich es dann noch schaffe, Montagmorgen sehr früh. Genau. Und die sind die Nummer zwei oder Nummer drei in dem Bereich weltweit. Und man hat auch schon gleich gesagt, man hat einiges an Know-how, was man an Sennheiser und eben die Produkte mit einfließen lassen möchte. Wie zum Beispiel mehr Akku. Und da wird Herr Poughkeepsie hellhörig. Das gefällt mir natürlich bei der Produktsparte. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird und hoffe, dass ich auch zukünftig noch fleissig die neuesten Produkte da testen kann und mir anschauen werde. Dann gibt es Neuigkeiten von Twitter. Die testen nämlich die Trinkgeld-Funktion. Aktuell an gewisse Leute erst ausgerollt, gibt es die Möglichkeit, neben Direct Message Button, also der Möglichkeit von einer Nachricht zu schreiben in privater Natur, gibt es jetzt einen Cash Button oder eben Trinkgeld-Button. Da kann man über die Cash App, über Patreon, Bandcamp, Venmo oder eben Paypal dem Nutzer ein bisschen Geld in die Kasse spülen, um so ein kleines Dankeschön zu sagen. Würdet ihr sowas nutzen? Lass mich doch mal über die Kommentare und oder über Social Media, E-Mail etc. wissen. Dann habe ich ja letzte Woche schon erzählt, dass Clubhouse tot ist. Äh, Clubhouse sich die geöffnet hat und die Android-App am Testen ist, noch in der geschlossenen Beta. Mittlerweile können sich auch deutsche Interessierte melden, die eben die App vorab testen möchten. Na dann, dürfen wir mal gespannt sein. Dann hat mir am Wochenende der liebe Mike, ein Mit-Podcaster aus dem Geek Talk Podcast, ein paar Bilder zugeschickt. Zum einen hat er mir die Bilder zugeschickt zu der Möglichkeit, wie er sein E-Bike mit den Apple AirTags ausgerüstet hat. Wenn das Wunder nimmt, in den Shownotes findet ihr einen kleinen Beitrag dazu, verlinkt oder auf daily.geektalk.ch oder natürlich ein Podcatcher eures Vertrauens. Dann habe ich ein Video wieder aus der Versenkung hervorgeholt, denn es passt aktuell irgendwie gefühlt 35 Grad. Ähm, morgens, oder besser gesagt heute, morgen schaut es eben leider schon wieder anders aus. Aber ja, das iPad Pro will geschützt wissen, am Pool oder auch sonst, wenn ein bisschen Wasser in die Nähe kommt. Und nochmals Bilder gab es von Mike zu einem Lenovo-Problem. Was er da genau für ein Problem hatte, das könnt ihr in der Geek Talk News-Folge am besten selber nachhören. Und da haben wir eine kleine Anleitung geschrieben, wie man das Problem beheben kann. So viel schon mal gespoilert. Geek Talk 2021 wäre das. Auch das findet ihr in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne, das war es mit den ersten Neuigkeiten, die ich euch jetzt hier habe für den Start in die neue Woche. Wenn ihr mögt, hört bei der nächsten Folge wieder rein. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.